wir haben schon die ersten termine von einer neuen lesetour die im herbst los geht auf der website die ersten beiden in berlin vom wunderbar neues buch vorgestellt wird sehr begrenzt fans vielleicht schnell zuschlagen und heute haben wir wieder so eine chaotische beziehung wo die zuschauer und sich fragt wenn ich jetzt toxische person oder eher ich glaube ja nicht so richtig an dieses konzept von dass jemand so grundsätzlich toxisch ist sondern das hoffe ich einfach dass zusammenspiel was es dann völlig eskalieren lässt aber ja hier haben wir wieder so eine beziehung ohne grenzen und ja wo ohne grenzen wird es einfach sehr schnell sehr vage und schwierig ja gut hoffe ich krieg das gut vorgelesen das glaube ich nicht so ganz simpel genau eine zuschauerin in den 30ern vorgeschichte online kennengelernt da geht es ja schon los nein spaß anfangs steht alles super meine familie mochte ihnen das war eine distanz beziehung von mehreren hundert kilometern ja ich sag ja immer leute wenn ihr schon online date dann nicht noch zusätzlich fernbeziehung also spricht überhaupt nichts gegen eine fernbeziehung aber muss das denn beides sein muss das steine schleppen und stahlplatten schleppen seien irgendwie also reicht nicht eins wir trafen uns jedes wochenende kam mal er mal ich und ab und zu war gereizt und schlecht gelaunt ich verstand nicht warum wir alles normal lief er hatte probleme mit sexualität am anfang ja ich bin meiner meinung sollte eigentlich am anfang sollte einfach alles glatt laufen sonst multiplizieren sich die themen irgendwann aber gut weil angeblich noch nie wett sport hatte mit jemanden für den er auch gefühle hatte also also das wird mir persönlich schon komplett reichen als anfang um das also für mich wäre das schon so eine red flag aber ich weiß nicht früher habe ich es auch mal gedacht mein gott vielleicht läuft es ja anders und man kann sich doch zurecht lieben aber also ich kann euch immer nur raten wirklich das ist auch keine kritik jetzt an irgendjemand ich meine jeder steht da wo er steht aber einfach zu sagen das wird schwierig lassen wir sie mal meine unterwäsche normale saubere moderne wäsche gefühlt ihm nicht der sein visueller typ auch das ist meiner ansicht nach schon was heißt denn das dass er jeden tag 50 pornos guckt mit taucher unterwäsche oder was ich also auch das finde ich nicht persönlich schon ja das haben wir schon fernbeziehungen online dating ruhe jetzt also sagt das ist überhaupt keine wertung ne versteht mich jetzt nicht falsch also kann jeder kann denken wie er will nur wenn man falls das der wunsch ist jetzt hier eine einigermaßen ruhige beziehung führen würden das alles sachen die irgendwie in eine richtung gehen er kam zu besuch ich wartete auf ihnen mit einem getränk weil er gern das getränk trank dann war nicht gut drauf und von mir enttäuscht er meinte ich hätte ihn zuerst umarmen sollen und nicht mit dem getränk warten obwohl ich erklärte das getränk für ihn war danach war er traurig und wollte nicht wirklich reden es gab immer wieder situationen wo er stimmungsschwankungen hatte das nächste problem es addiert sich jetzt alles hier unendlich und ich mich einsam fühlte ich akzeptiert ist aber nach ein paar monaten fand ich einen brief in seiner wohnung und erfuhr dass er mich die ganze zeit angelogen hatte also wirklich mit viel gnade kann sagen kommt egal online dating egal er wohnt auf der anderen seite der erde egal es gibt gleich irgendwelche komischen missverständnisse egal ich muss meine muss mir eine runterwäsche kaufen aber wo sind deine standards ist einfach nur lieb gemeint von mir jetzt wirklich wo sind deine standards jetzt auch noch angelogen werden aber gut ich verstehe das immer irgendwie in seinem muster ist und so keine ahnung wie guckt man natürlich hin aber es ist immer so witzig ne bei leuten die irgendwie nett sind und so wird immer alles auf die goldware gelegt weiß ich nicht hat blaue augen statt braune augen und bei menschen die die sowieso schon buschen alles runter und drüber geht da ist immer noch eine ausnahme noch eine ausnahme noch eine ausnahme so abgefahren also hatte ich angelogen weil also da er hat der ihm dir seine drei hätte seine kinder vorenthalten und gesagt das wären gar nicht seine kinder ja sehr lustig also das also spät also wirklich spätestens hier dicker fetter deal breaker macht die dating kurse macht modul 1 stand so ein deal breaker dicker fetter deal breaker angelogen gleich am anfang zack bumm raus das war es er hätte von seiner ex erzählt und sie als verrückte sondiererin dabei war das die mutter seiner kinder ja nett 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 kann man doch nichts sagen netter kerl seine herkunft war auch gelogen im prinzip war alles gelogen ja warum willst warum willst du mit dem zusammen sein also da muss man sich wirklich fragen was passt bei mir dann ich habe ich eltern gehabt die mich schon immer angelogen haben so wie schon gegessleitet worden als kind irgendwie habe ich mich daran gewöhnt weil man muss dann einfach ihr müsst dann einfach überlegen warum will ich partout so menschen daten wo wirklich nichts nichts passt irgendwie warum fühlt sich das gut an da muss es ja irgendwie gründe geben und da müsst ihr gucken jetzt nicht gucken warum der ex so ist aber könnte kann man sowieso in aller regel nichts machen sondern warum will ich den unbedingt daten das ist die frage alles gelogen als er bemühte sich danach und ließ sich ein tattoo von meinem gesicht stechen ja also ich meine da scheint jemand einfach nicht geerdet zu sein und sehr hin und her sich offensichtlich nicht gefunden zu haben im leben und ja kann man nur alles gute wünschen und sagen ja ich glaube das ist mir zu wackelig ne würde ich denken so wir verlobten uns meinst du jetzt nur weil er sich ein tattoo stechen lässt ist das also ich meine ich ich will jetzt ich klinge jetzt wieder so streng ich will eigentlich gar nicht so streng sein ich weiß wie man da reinrutscht wirklich aber ganz ehrlich so in der rückschau musst du doch wirklich denken what the fuck was habe ich da gemacht auf welcher basis verlobt man sich denn hier ich meine wie gesagt ich habe auch schon ganz viel richtig große scheiße gebaut in meinem leben deswegen ich verurteile niemanden nur ich will euch einfach nur helfen wie mir auch menschen geholfen haben dass ihr bewusster werdet und warum macht man das warum will man ausgerechnet so jemanden wo nix passt warum will man sich mit denen verloben und da muss man auf die suche gehen so ne so das ist ja bestimmt gut ausgegangen denke ich mal er wollte sehr schnell einen termin für die hochzeit ich fühle mich unter druck gesetzt er wollte auch seiner ex-familie da und sein kinder nix über die verlobung sagen außerdem wollte er sich voll veränderte tacht daran stellen weil dann sich keiner aufregen kann ja also ist einfach jemand wie gesagt dass ich Trennung irgendwie es gibt ja verschiedene stationen der Trennung es gibt die ausgesprochene Trennung die Trennung wo man jemand anders in die kiste geht die Trennung wo man jemand sagt man hat jemand neues die Trennung wo man den kinder sagt man hat jemand neues er ist offensichtlich nicht bereit den ganzen weg zu gehen hat sein das was ich auch neulich mal im video sagt er hat sein leben nicht aufgeräumt und da kann man nur sagen räum erst mal dein leben auf und dann kann man weiter gucken aber er ist absolut nicht an so einem punkt ne äh weil dann ich hatte ich hatte angst dass er noch etwas von mir versteckt ja kein wunder wenn das mal einer jemand so gelogen hat da muss man immer damit rechnen das ist ja ne weil er die verlobung äh weil die verlobung kam zwei monate nachdem ich die lügen herausgefunden hatte so dann drei geplatzte traurungstermine ja will ich jetzt gar nichts zu sagen weil das ist sehe ich jetzt als Geschenk vom Universum dass das nicht geklappt hat ja okay äh ich lernte seine Kinder nicht kennen obwohl er mit ihnen jeden Tag in Kontakt war nächste dicke fette Red warum willst du jemand heiraten wo du nicht mal die Kinder kennst das macht einfach keinen sinn ähm ähm wir hatten oft ja jetzt muss ich mal gucken wo ich war ähm ähm äh er hat ja vieles von Hochzeit abhängig gemacht wenn wir heiraten zieht er mit Zimmern in die Stadt wir nehmen uns eine gemeinsame Wohnung klären dann auch die Kinder kennen ja aber das ist so als wenn du das Wohnzimmer baust bevor du überhaupt den Keller ausgehoben hast in so einem Haus sozusagen aber wie gesagt ja das ist wie es ist ne ähm ähm genau wegen der geplatzten traurungstermine distanziert er sich von mir er kam jedes Wochenende doch äh vielleicht hast du die abgesagt aber auch guten Grund denke ich dann doch er gab mir keine Liebe keine Nähe Zärtlichkeit sagt er auch dass er nicht weiß ob er weiter mit mir zusammen sein kann nächste Sache die einfach darauf hindeutet das ist überhaupt nicht passt bei euch äh wir hatten oft Streit äh dann hat er woanders übernachtet in dem Haus wo die Ex mit den Kindern lebt nächste dicke fucking Red Flag also das ist wieder hier rotix flaggix paradix maximales also wirklich ähm gut ja er hat seine Wohnung in seinem Heimatort aufgegeben ähm 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 erst hat dann habt ihr zusammen eine Wohnung gehabt später erst gab er mir Geld dann nicht mehr weil er finanzielle Schwierigkeiten hatte nächstes Problem Streitereien wurden immer mehr seine Ex hat ihn immer wieder kontaktiert sie wollte am Anfang die Beziehung von uns nicht ernst nehmen wenn er ihrer Meinung nach so wenig bei den Kindern war hat es ihm das vorgehalten nächstes dickes Problem die Ex ist noch in in the game nächstes dickes Problem Leute wann ist es denn genug ähm sie hatte eine Tasche von ihm mitgenommen angeblich wusste er das nicht da die Tasche verstehe ich jetzt nicht so richtig als ich deswegen wütend war und ihn zur Rede stellte war ich am Schluss die Verrückte ja also es passiert ja in diesen Beziehungen man merkt einfach dass es immer mehr der Boden unter einem weggezogen wird alles bricht ein ich sag ja auch nicht dass er das jetzt so bösartig macht aber der ist der ist einfach so ne alles bricht ein man verliert den Boden man wird impulsiv man ist selber total angetriggert natürlich ist man für seine eigenen Verhalten zuständig kann das jetzt nicht auf den anderen schieben aber es passiert halt in diesen Beziehungen man wird immer instabile Beziehungen machen instabilen man wird selber immer unstabiler und wenn du dann wenn du da mal die Fassung verlierst das ist ja auch immer so typisch dann bist du die Verrückte ja er war bis kurz vor unserer Trennung in dem Haus mit dem Haus noch sehr involviert von der Ex ja nächstes Problem also noch ganz viele finanzielle Verstrickungen nichts geregelt mit den Kindern ich sagte immer wieder soll das regeln er meinte dass ich seine ich seine Ex wenn ich ständig zwischen uns bringe er bringt die Ex ständig zwischen euch weil er es einfach nicht geregelt hat also ich kenne sowas ich habe sowas auch schon erlebt dann mandatet jemand und ja der Ex steht wirklich literally im Leben und weil er einfach nie weg war und du sollst dich ja damit auseinandersetzen wenn du sagst ey was für ein Fuck ist das denn hier irgendwie da müsste der Blöde weil du eine Grenze gesetzt hast aber sorry der ist einfach nicht bereit an dem Punkt oder fähig an diesem Punkt eine Beziehung zu führen würde ich sagen aber sie war da hat entweder was von ihm gebraucht oder sie haben gestritten nächstes Problem zudem ging er jeden Abend nach der Arbeit in dieses Haus besuchte dort die Kinder ich mochte nicht dass er jeden Abend in dieses Haus ging als wäre er dort wohnhaft nächstes Problem aber jetzt kommt hier wahrscheinlich wieder die Distanz rein dass wir so weit auseinander wohnen weil er hat ja jetzt keine Wohnung mehr da ja aber es ist halt eben auch ein Problem wieder ich meine wie gesagt das addiert sich halt das sind immer so eine Sache wird vielleicht noch gehen aber es addiert sich jetzt immer weiter auf wie so wie so ein Jenga-Turm wo du immer noch ein Holz drauf packst und noch ein Holz und irgendwann oder ziehst du ja raus eigentlich zieht die raus zieht die raus und irgendwann fällt alles zusammen genauso ist es hier beim Streiten hielt er mir das immer vor erhielt mir auch das Tattoo vor wenn er sich ein Tattoo stechen lässt mit deinem Namen was vielleicht suboptimal ist aber das ist überhaupt soweit ich weiß machen Tätowiere sowas in der Regel gar nicht gute Tätowiere aber gut ja das ist nicht deine Schuld das hat er das ist auch wieder jetzt einfach nur Chaos er hatte auch der Ex nicht gesagt dass er mit mir in den Urlaub fliegt Leute mir fällt das wirklich nichts mehr ein aber dass ich den Streit ersparen wollte es für mich fühlt sich jetzt an wie eine Dreiecksbeziehung ja absolut ich bekam nie genug Erklärung schlussendlich sagte ich eben dass er Gaslighting betreibt unsere Beziehung toxisch ist ja das kann man wirkt doch sehr so und er mein größtes Problem derzeit ist weil ich nichts mit ihm weiterbringen kann dann war er komplett gegen mich redete nicht ich denke sogar dass er mich verachtet hat er bezeichnete mich beim Streiten als Rottweiler muss ich glaube ich nichts mehr zu sagen weil ich von dem Thema Ex und Kinder nicht loslassen konnte er hat so getan als würde ich ihm das ist ja auch so Schuldumkehr ich meine er regelt das ja nicht er hat so getan was würde ich ihm vor wie vor umsonst machen ja das ist aber schon so eine Art Gaslighting und Schuldumkehr zumindest oder irgendwas dazwischen äh in letzter Zeit war ich diejenige die beim Streiten ihn anschrie ja man sollte das nicht machen weil man schafft sich immer mehr Probleme wenn man selber dann so aus dem Ruder gerät das geht einfach so viel schneller wenn man cool bleibt aber ich weiß wie schwer das ist und wie gesagt instabile Beziehungen instabilisieren so ist das halt und dann ist man auch selber die Blöde so ist das ich kannte mich so nicht da ich emotional von ihm nichts bekam war ich nur mehr verzweifelt und verloren also das passt einfach über fucking gar nicht hopp nicht zwischen euch wer von uns zwei Toxisches ja man wird zugegebenermaßen ich will jetzt niemandem Menschen grundsätzlich sagen dass er Toxisch ist aber dieses Verhalten hier erzeugt natürlich super viel Toxic und dann wird man selber irgendwann auch so und was und klar wie gesagt man kann auch du kannst jetzt dein Ausrasten nicht auf ihn schieben er kann sein Ausrasten nicht auf dich schieben oder seine Lügen nicht auf dich schieben jeder muss seinen eigenen Scheiß klarziehen aber so ist das wenn man in so einer Beziehung ist wo man nur drunter und drüber geht selbst wenn man vorher noch einigermaßen gesettelt war ja also ich kenne das also ich kann mich auch in Situationen erinnern wo ich komplett die Fassung verloren habe weil man einfach ja einfach auch irgendwie nicht mehr kann so ne und ja ist ja auch menschlich aber das heißt letztlich einfach es passt vor und zurück nicht ne äh ich zweifle auch an mir er verurteilt mich stark für schreiben ach schreien meinst du wahrscheinlich obwohl er es früher auch tat ja wie gesagt man sollte es natürlich nicht tun aber naja er sagte auch dass er mir schon lange nicht mehr zuhört und mich nicht versteht ähm über drei Monate waren wir nicht intim nächstes fucking Riesenproblem keine Säherlichkeiten er distanzierte sich ständig von mir und redete nicht nach Streiten so was kann man dazu noch sagen war ich oder mein Partner toxisch also auf jeden Fall war eure Beziehung ein fucking Albtraum und ich denke du solltest einfach überlegen warum du da Anziehungspunkte hast und warum du da so lange drin geblieben bist und das jetzt nicht dass mit dir irgendwas ganz Besonderes nicht stimmt oder so sondern das Problem haben wir ja alle hier auf dem Kanal warum bleibt man so lange drin das erforschen und äh ja sicherlich hast du dann irgendwann mitgemischt aber so wie du das schreibst ähm ging ja sehr also klar geht da schon sehr viel von ihm aus da kannst du ja nichts dafür nur wie gesagt das bringt uns alles nicht weiter sondern uns bringt äh es gibt ja auch so ein Video von mir die einzige Frage die wichtig ist in toxischer Beziehung warum will man diese Menschen unbedingt daten warum bleibt man so lange drin warum will man die heiraten ne warum nimmt man so viel Unbill auf sich ähm wo es auch so viele andere Männer gibt irgendwie äh das sind die entscheidenden Fragen die du dir stellen musst ne also und ich könnte mir vorstellen dass du oder würde ich zumindest hoffen dass du in einem anderen Match äh viel ruhiger wärst ne und viel sicherer wärst und sicherlich wird es auch auf deiner Seite Unklarheiten geben äh sonst hättest du ihn gar nicht akzeptiert hier ne also arbeite an deinen Standards und Dealwreckern guck mal wo das Muster herkommt hast du vielleicht so Ellies gehabt äh und geh viel viel früher raus aus solchen Geschichten aber man muss es vielleicht mal einmal erlebt haben und das bis zum Ende durchgespielt haben so ein Spiel dass man da die richtige Motivation für mitnimmt und ja es passiert auch in solchen Beziehungen dass man da also ich wie gesagt das gehört auch zu dieser Instabilität dieser Beziehung das verstehe ich auch dass man auf einmal anfängt mit heiraten weil das so ein Chaos ist also ich verstehe es so emotional von der Destruktivität her sag ich mal aber wenn man so mit klarem Kopf ist und gut geerdet ist muss man oder das wirst du auch sagen boah was hab ich da los gemacht irgendwie so ne hoffe ich verstehe was ich meine weil das ist einfach nur Chaos und man dann ist das ist man immer so froh dass es wieder ein paar Tage gut ist und dann wird man auch ein bisschen addiktet zu dieser ja ganzen neurotransmitter Hormonstress Dopamin und verwechselt Intensität mit Intimität aber ehrlich gesagt das ist so eine fucking rote Flaggenparade du musst echt an deinen Grenzen arbeiten ganz ehrlich so wirklich ja hoffe ich konnte ein bisschen weiterhelfen also eine Frage ist hier noch warum habe ich Schuldgefühl obwohl er mir weh getan hat ja das ist ja häufig so ein Teil von kenne ich jetzt nicht aber Pluspoligkeit Co-Apingen Tendenzen das während das Gegenüber die Sau rauslässt und macht was es will ohne Rücksicht auf Verluste ohne schlechtes Gewissen haben Menschen die so ein Pluspol unterwegs sind das kann ja auch jetzt nur in dieser Beziehung gewesen sein ständig Schuldgefühle und das sagt ja Steffi Steil immer zu Recht dieses Entschulden so wichtig ist also zu sagen hey ich habe mein Bestes gegeben in dieser Beziehung und ja nächste Beziehung wird bestimmt besser laufen und da war einfach kein Blumentopf zu gewinnen da muss ich mich jetzt auch nicht schuldig fühlen aber das sind häufig Überbleibsel der Kindheit wo man sich auch schon ständig schuldig gefühlt hat oder man immer angemeckert worden ist oder so das müsstest du mal erforschen in diesem Sinne wir sehen uns bald wieder schau ihr Lieben